Nun gut, Mensch, ihr habt euch meine Dienste mit Blut erkauft. Bringt mich zum Unterschaman von Dona Mar. Oh ja, ich weiß bereits, wohin ihr mich bringen werdet. Blandis mittelmäßige, biergetränkte Fähigkeiten sind uninteressant. Ihr jedoch, ihr fasziniert mich, Mensch. Stellt euch nur vor, welche Verwüstung wir in dieser erbärmlichen Welt mit meiner Sicht und euren Fähigkeiten gemeinsam anrichten könnten. Oh ja, ich weiß nicht. Was geht euch durch den Kopf? Ihr wieder? Was? Was bringt ihr mir denn da? Ihr habt eins gefunden? Ein richtig echtes Auge des Zwielichts? Lasst mal sehen. Ihr Götter, es guckt mich an. Glotzt ja genau zurück. Ich brauche einen kurzen. Könnt ihr das Ding zur Wand drehen oder so? Ja. Du? Ja.